hallo und herzlich willkommen in youtube hier ist wieder euer GitartermHD und wir machen jetzt Königreich von Parencyon in dem spiel Skrivelndaus Unlimited oh das wird viel entfernen was will der die bundeslade muss hier irgendwo sein bringen sie mir bundeslade was ist ne bundeslade das da wahrscheinlich ne ja aufsammeln so was ist hier hebe den flug auf indem du die steine zu ihrer säulen zu den säulen zurück bringst entfernen wo die steine finden was haben wir denn hier alles steine steine tiki maske felsen riesiger diamant einfach mal mitnehmen so was jetzt hier piept was was piept denn hier so riesiger titan aufsammeln lasst mich hier durch bin unbesiegbar sehr gut hier oben noch etwas nein ich will der etwas der will nix erst nur nervig okay dann wahrscheinlich dieser felsbrocken wahrscheinlich aufsammeln entfernen entfernen ne ich hätte gedacht dass wir irgendwie einen kleinen witz da reingehauen ist es vielleicht die tiki maske aufsammeln aufsammeln benutzen benutzen ok was bist du musikalischer hintertintenfisch naja aber hier ist kein stein bis jetzt ah ja kleiner bitte aufsammeln bauer die stadt wieder auf leider bin dass die stadt nennt dann ok gib mir ein dingsbums von der welt über dem meer einen reifen ein bisschen umweltverschmutzung machen ein rad mein altes haus ist zu klein gibt mir etwas größeres zum wohnen große mupfel ich kann nicht schwimmen hilft mir an die oberfläche zu kommen manche ein ballon tschüss was soll der mein u-boot ist so groß und die ok dann mach ich jetzt mal kleiner hier ist ein alien unbesiegbarer schneller fliegender starker großer fluxin ok kann ich dir einen stein auf den kopf werfen wecker der fährt hier nicht aggressiv du hast genug sauberes gesammelt bla 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 was will der ich gebe mir etwas um posada davon zu überzeugen dass ich ein gutes leben ein gutes leben geführt habe eine blume eine frau rechtschaffenheit gibt es wohl nicht was will er denn haben ein gut wie man ein gutes leben geführt hat was haben gute menschen ein lächeln ein gutes leben ein gutes ein wahnsinnig gutes leben ich habe das geführt ein gutes leben eine blinde frau ha 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 stimmt sieht genauso aus ähm ein gutes leben ich habe ein was willst du für sein überhaupt gib mir etwas zum regieren des meeres ein ein zepter sehr gut du sei doch neues werkzeug ein gutes leben na komm ich bitte verstehe ich verschwinde erstmal verschwinde Geld verschwinde das verschwinde 3 2 8 1 geführt ein gutes leben ein gutes leben ein freund matrose aquatischer tiefblauer admiral gib mir etwas um poseidio davon zu überzeugen dass ich ein gutes leben geführt habe einen diamanten ein star white wie überzeuge ich den jetzt ein 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 Ah, ein Arschmiral. Ach, was will der denn? Ach, kacke. Ein gutes Leben. Ja. Urteil des Seemanns. Okay, hat doch noch geklappt. Jetzt haben wir nur noch zwei Missionen. Das machen wir auch sofort. Hilft der Ziege am Troll vorbeizukommen. Okay. Meeresziegenböcke. Überbringen wir uns die Herbstburschaft oder was? Der Meerestroll hat Appetit auf etwas aus der Ferne. Gib ihm etwas, wie jede Ziege schmeckt. Das ist wie jede Ziege schmeckt. Kleiner, beerenartiger. Beere. Nam 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 nam. So, der erste kommt durch. Ich glaube, das war voll verbündeter. Ein Salz. Was war das jetzt? Ja, okay. Eine Wehre. Haben wir schon mal. Salz. Geh weg. Jam 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 jam. Schmeckt auch. Und jetzt ein Wasser Wasser Getränk Was feuriges? Tabasco Tabas Nee, ähm Feuerstein Was feurig schmeckt Was feurig schmeckt Feurig Schokoritel Feurig Was feurig schmeckt Feuerblume Was feurig schmeckt Feuerblume Gibt's nie mit Feuer Feuerwache Feuerwache Feuerauge Was will er denn essen Ein Troll Ja, komm Tipp Der Troll scheint vorzügliche Küche zu mögen Vorzügliche Küche Gott Jetzt kommt's aber Vorzügliche Küche Schafe Pommes Pommes Auch nicht Was schmeckt feurig Schafe Bratwurst Frankfurter Vorzügliche Küche Zu einem würzigen Burrito Wie schreibt man Burrito? Weiß ich gar nicht Ich schreib mal Burrito Das war ja ok Burrito Und ich haut da ab oder was? Das war ja Ah, hilfetod Hätte ich auch so sprengen können Die Meeresliegenböcke Fertig Gesamte Star Wars 51 Wir haben alles Star Wars Die wir brauchen Für alle Level Glaube ich Irgendwo muss noch eine Mission sein Genau hier Findet heraus was dem Ozean ausgetrocknet hat Nicht versunkene Stadt Die Stadt wurde von der Liga verrückter Wissenschaftler trockengelegt Ich lenke den Wissenschaftler mit einem Fabelwesen ab Ein fliegendes Buntes Herausragendes Herausragendes Einhorn Was will der? Die Atomwissenschaftlerin will keinen Uran mehr untersuchen Und ich zeige ihr Neues Element Helium Warte, dann muss ich kurz mal hier so Notizblock klar Stopp Was will der? Ein Roboter Will er gar nicht Mein Hamsterkäfig Braucht frischen Streu Hoi Sehr gut Der Star Wars kann genommen werden Das scheint fast schon zu einfach Ja Oh nein Da ist eine falsche Star Wars Und das Tor ist verriegelt Dieses Tor öffnet sich nur für verrückte Wissenschaftler Kleine Maxwell mit zwei Objekten Um die Kameras zu täuschen Was will der? Nix Einen Kittel Kiesel, Kiste Eine Brille Und 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 Eine Eine Lupe Warum auch immer eine Lupe Ein Mikro Mikrobe Mikrobe Ja Ähm Mi Ein 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 Auch nicht Was haben die Wissenschaftler Laserpistole Ja Ein Frückter Wissenschaftler Hat auch Einen Bestimmten Einstellung Wende Ein Adäkty Überlisten Jetzt muss das Abflussrohr Zerstört werden Okay TNT Got it Right Reinigieren Interagieren Interagieren Sehr gut Der verrückte Wissenschaftler war ein auf Selbstzerstörung programmierter Roboter Dämmel die Explosion ein Dämmel die Explosion ein Dämmel die Explosion ein Ja das war auch schon die komplette zeit ich wünsche euch einen schönen tag euer Gitarterm HD bis zur nächsten folge tschüss Dämmel die Explosion ein Dämmel die Explosion ein Dämmel die Explosion ein